Servus, ich bin der Philipp vom Flieglagro-Center und wir waren für euch mit unserer Big-Bag-Füllschaufel bei einem Lagerhaus. Die Big-Bag-Füllschaufel ist optimal zum Befüllen von allen Big-Bags. Sie funktioniert ganz einfach. Wir haben vorne eine Schaufel mit einer fixen Aufnahme, im Normalfall eine Euronormaufnahme. Ihr nehmt es mit der Schaufel auf, kippt es ein und dann könnt ihr es ganz normal unten auslassen. Standardmäßig wird die ausgeliefert mit einem hydraulischen Schieber. Da könnt ihr ganz bequem sitzen bleiben und mit einem hydraulischen Zylinder auf- und zumachen. Natürlich einzeln dosierbar. Der Vorteil von der Big-Bag-Füllschaufel ist ganz klar das große Volumen. Und zwar bieten wir die an mit 1,5 Kubik oder 2,4 Kubik bei der 2,40 Meter Schaufel. Zum Entleeren des fertig befüllten Big-Bags haben wir auch noch den Dosierer, unseren Rino. Den findet ihr in dem Videolink unter dem Video. Bis zum Entleeren des